The following announcement has been paid for by the new world order Ich glaube, ich bin hier zu laut. Hallo erstmal. Ja, willkommen zu einem weiteren Video, wo ich mal etwas erzählen möchte. Und zwar zu Halloween. Es wird für mich kein Halloween Special geben. Mache ich nicht. Ich möchte nur einen Trailer hier von Alan Wake noch vorher zeigen. Aber vorher habe ich mal eine Meinung zu Halloween. Moment. Jetzt erstmal muss ich Frau Google fragen. Ja, für alle da draußen, die glauben, dass Halloween ein amerikanisches Fest ist, verpisst euch. Verpisst euch. Ja, wer es noch nicht wusste, wo kommt Halloween her? Laut NDR, das Fest des Grauens hat seinen Ursprung in Irland. In vorchristlicher Zeit begingen die Kelten am 31. Oktober Samhain. Eines ihrer wichtigsten Feste. Sie feierten damit ihre Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. So, nun wisst ihr Bescheid. Frau Google hat mir geholfen. Für all die Dummen da draußen war das nochmal eine Frage an Frau Google. Ja, Halloween ist kein, wie oft, wie oft es so ist, kein amerikanisches Fest. Genauso wie die Amis mit Weihnachten übertreiben, weil es wird, es ist alles eine Riesenshow in US und nehmt euch das nicht an. Dann bleibt bei der Kultur. Ok. Und ja, da ich kein Halloween Special mache, ja, ich muss erst mal wieder zurück zu meinem, was ich eigentlich sagen wollte, möchte ich euch hier ein paar Trailer zeigen. Ich habe vier Trailer, habe ich aufgenommen von wirklich geilen Horrorspielen. Das ist kein Special, das ist nur eigentlich, ich dachte mir, okay, süßere Zeit kannst du eigentlich, wo die Leute so ein bisschen, ja, mit ihrem ganzen Halloween-Kram unterwegs sind. Können Sie noch mal so, irgendwie so ein paar Trailer raussuchen. Ich habe auch spezielle Trailer gefunden. Das hier ist der von Alan Wake und den zeige ich euch gleich. Das hat natürlich, danach, bleibt bitte dran, ja, ihr werdet nichts, also, ihr verpasst nichts. Also, wenn ihr dranbleibt, verdammt noch. Es wird euch gefallen, die ganzen Trailer, die danach folgen, habe ich extra aufgenommen, zusammengeschnitten und mehr die noch, und die folgen nach dem Alan Wake Trailer. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich Halloween nicht mag. Ich mag es nicht, weil es eine übertriebene Show ist, die von Amerika rüberschwappt, obwohl es in Irland geboren ist. Nach Irland, nach Amerika, von Amerika nach Irland und bla bla bla, keine Ahnung. Ich habe mal gewickipediat. Es gibt, also, wenn ihr euch informieren wollt, was Halloween wirklich bedeutet, bestimmt nicht nur Kürbisse. Also, vergesst den Gedanken schnell mal. Okay, jetzt halte ich meine Klappe und ich gehe jetzt rein in den Alan Wake Trailer und danach folgen die anderen. Viel Spaß dabei, Freunde. Nehmen wir es dich übel, ihr seid so. Und dann, wenn ihr euch kommt. Wie gehst du von einer Idee, von einer Geschichte, die in deinem Kopf leben? Ich muss diese Nachtmärkte erlangen. Waif sagt, die Geschichte wird die Realität in uns verändern. Warum haben wir in der Geschichte geschrieben? Ich bringe dich die Heart, Witch. Show me the Terror. Show me the Terror! FBI, drop the knife! WOMF ARDICT DIN ARDICT 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. After all, Lilian. Es ist gut zu sehen, dich wieder. Last evening, Nir. 7-7-8-0 Dismembered body of a young girl was found. HMHK According to the police, it looks like a ritualistic killing. And it means that this refers to the cult of ancient... ...Energy. Fair enough. Anipero Last evening, Bier. In decirloabend Dismembered body of a young girl was found. HMHK Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 The challenge is to count the staircase and see if there's an extra step Will the ghost appear on the bridge? What is this? Both fortune and misfortune follow the blade Why did Ten become like this? It's not... It's not... Why? Leave me now! Now! This video... I made it back then I made it back then I made it back then I made it that was... You kinda said that I could Can you build something? Untertitelung des ZDF, 2020